Hallo und Herzlich Willkommen zur neuen Folge 1119 auf der Hof Bergmanns Wo waren wir stehen geblieben? Ich muss doch mal von Zirra kurz schauen, wo ich stehen geblieben bin. Nächstes Mal voll 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 gut passt so fern mich seitdem hier aus Ahmterreif Wascher steht schon drauf gut vielleicht auch 7 Uhr so so Winter wird aufnahme ausgelassen und schon habe ich den Faden verloren leicht außer geht es manchmal wenn man nix machen steckt man halt nicht immer ins Bild so Gelee so 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 wir wollen es flischen auf all unseren Eltern so so fett verklingeln und dann wieder etwas苦 Nicht so 100k oder so. Überbleiben oder je nachdem wieviel wir haben. Minimum 50k und 50.5k würde ich dann behalten. Gewisse Investitionen und Anschaffungen. Wenn ihr das Volster bauen. Wenn ihr versteht was ich meine. Jetzt lassen wir alles aufbauen. Jetzt lassen wir alles aufbauen. Jetzt fielen wir mal mit. Jetzt fielen wir mal mit. Heute habe ich das Problem mit den Bäumen da unten. So gerne weiß ich die. Hildsakul da drin versteckt. Ein bisschen davor bist du bei vier Bäume. Jetzt fielen wir noch mal die Bäume. Jetzt fielen wir das Problem mit einem kleine Baumh Scale. Jetzt fielen wir die Kräume rein. Dann fielen wir das Problem. Also fielen wir jetzt die Kräume raus. Jetzt fielen wir das Problem. Das sind ein bisschen die Kräume rein. Aber es sieht gut ausgesetzt. Der Prozent ist überall unten. Passt. Sieht fast so. 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 Da kommt ein Blatt ab. Da haben wir einen Blatt, 7 Thrasher sind 77 Grad, sehen wir weiter, freu ich nix nicht. Die halbe Mille. Das reicht doch nicht ganz. So. So. So rum ist besser. So. 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 die haben sich vorgelegt die Rückkarteinschränkung ist bekommen keine die Sichtbarkeit ist auf Englisch die Übersetzung wird die nächsten Tage kommen wir haben die Sparte erst mal eingeführt in der Übersetzung sind wir noch nicht ganz ran gerückt Ende der Woche 10 bis Monat sind das immer so gebacken die haben in letzter Zeit viel rumgebastelt was ich so mitgekriegt habe teilweise gewisse Sachen die früher 1A geklappt haben die so richtig funktioniert haben gerade beim Beschriften die hier den Abspann festlegen zack 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 hat man das vorhergehende Miete das ging verwenden haben wir noch ein bisschen Playlist austauschen in die letzten Wochen weniger während das Ding hier das war jetzt durch Gesetzgeber mehr oder weniger vorgeschrieben unklemmend also eingepflegt haben da gab es aber bei den Institutionen da so kleinere Einschränkungen da gibt es schlimmeres kleinere Einschränkungen da gibt es schlimmeres kleinere Einschränkungen du musst es halt von Hand setzen das ist jetzt gibt es jede Minute maximal zwölf mehr Aufwand oder sonst hat mich nur umgebracht heute war mir ein bisschen ärgerlich dass es nicht so geklappt hat aber schon beim letzten Video teilweise gehen wir es immer gehen wir es immer gehen wir es immer finden wir nicht so solange wir bei Einschränkungen das Ding auf bleibt keine bin ich hellauf begeistert und mache Friede Freude Eierkuchen schon gehen wir hin 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 So. Na ja, haben wir das Feld geschafft. Ich bin mir die nächsten weiter. Dann hobeln wir hier alles runter. Wieder eins an. Ne, geht's. So, und, was hat denn? Ich brauche mal hoch mit dem Schlussrinken. Den Mund ist trocken. Ich fang auf gerade. So. 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 So, Dilly, da kommen wir fertig hier auf Feld. Ansonsten. Weitere. Oh, ich hab's gemacht, ich bin überhält. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.